So, da sind wir wieder. Let's play a company of heroes. Genau, stehen geblieben waren wir. Von der Straße, genau. Den Bunker wollten sie zerstören. Das hat irgendwie nicht so funktioniert, glaube ich. Doch, nee, das hat nicht so gut funktioniert. Wieso? So doof? Ja, kacke, jetzt wird der Feind doch noch intelligent. Was soll denn der ist? Äh, warte, nicht, du. Ich bin falsch ausgewählt. Wollen wir weg, schnell. Wollen wir den schnell weg? Äh, warte. Oh, soll jemand. Ey, ich hab das Ding gerade repariert, würdest du mich eigentlich verarschen? Ah, geil, der Bunker ist weg. Oh, die sind auch weg. Na gut, warum das hier nix wird, weil sie auch nicht. Und wie hat das Ding es nicht so mit dem Ziel? Doch, aber halt nur auf einen. Bin mir auch nie so viel ehrlich gesagt. Äh, kacke. Na, ich schicke dich da halt ein Tropfen. Und muss der da aber auch bleiben. Aber wobei, jetzt schießen die erstmal auf das Ding. Was denn hier? Oh, bis dahin ist der Locker. Ja, komm, wo dann mal hinschießen? Ja, komm, wo dann mal hinschießen? Was, das, was, 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 was zum Entscheidung? Oh, wohl. Ach, mach jetzt einfach. Und ein Mensch. sind hier und dann gar nicht inkelicht so um um die Stunde Werf und Werf und Werf und explodieren und sehr gut zwei auf einmal wir haben auch zwei Granaten gebrauchen er wird und mit der Stimme er hat sich doch schon und noch mal rum aber wenn die das überleben heute wird er allein dass das Haus noch steht schon hier hier auch macht man da einfach oh oh sind wir noch zu zweit? Scheiße wenn wir damit fertig sind ist es wie noch wir noch zu zeigern Feuer! Feuer! ja zurück 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 sch sch ach oh mein das ist doch das ist doch kacke jetzt muss ich schon wieder reparieren ne? scheiße ja von hinten kommt immer noch was nein jetzt doch noch nicht in den Krieg nein das ist doch kommt es geht noch und hinter du nicht du bleibst hier die b macht erst mal put und die put machen kannst du reparieren und auch mal lieber da hinten hin besser ist wie schnell es euch wieder voll habt ach du scheiße ach du scheiße ach du scheiße ja ja sehr gut jetzt kommt das weg und ihr kommt da weg nicht da stehen bleiben ja kacke soll ich denn machen dann geht hin und repariert das ist oh jetzt kommen sie aber auch alle von überall wir haben verlust ist das dein ernst dass er das hätte ich nicht selber geklappt wenn er mal neuer holen aber es hat zwei mal sch sch ist Prozent und die Brüder so dass ich gar nicht das zu uns zerstört wurde und ein Schönen vor allem was sie vorbeilaufen ja sehr gut ja da passt schon hat sich nicht so viel angerichtet ah da ist noch ein sehr gut wenn wir das weg haben wird es wohl mal ein bisschen leichter aber zumindest so verstanden aber nicht da und weg da ist nicht mehr viel dran überrennen würde ich nicht mehr er weggebombt oder so da noch mal planieren wir uns schnell hinter wir können eigentlich allesamt da hinten hingehen und hier nochmal zurück erobern das Ding ist noch sicher ja das Ding aber bringt sowieso nichts mehr wenn ich da was draufbauen ist mein Panzerputt? ne ne komm aber auch weghauen kannst geht doch das hatte die Hälfte stehen wenn sich da vorne ist die Hälfte da so wenn die uns nix tun dann lassen wir die auch mal in Ruhe und sonst werden wir nichts reparieren du 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 okay sagen wir uns einfach nur wo die Ladung ist wird so möglich ich möchte nichts mehr zu beschließen Scheiße muss das immer im Panzer gut los euer bestes ein draufschießen dieser und der achtet und hier so viele ja sehr gut stolz auf und ich ja er hat auch und zwar kommen und streiten und zufrieden ich weiß nicht warum ich das gerade gesagt 2,0 Streifen unterscheidet jetzt jeder weiß man müsste aber warum man so ninder drauf immer von uns vergessen doch vornehmen was war denn hier jetzt zeigt die ganze zeit da braves zeug an was hier in ruhe jetzt können wir sie beschießen jetzt sind die böse zu uns jetzt sind wir böse zu denen so dann kommen wir hier her ladet euch nochmal wieder auf ich muss so viel davon im ursprünglichen truppen Prozent Prozent so auch noch ein bisschen aber sowieso warten müssen wir können schießen die Portokolle und schon mal wir werden zum Ding gar nicht mehr schlecht das ist sicher und steht Prozent Prozent schön weggebombt die Heinz recht gut gewesen was das? Oh schon wieder ein Panzer ah aber ich hab hier ne Panzerabwehr ja lass ihn doch da drauf schießen wenn es ihm gefällt jeder hat andere vorhin manche stehen auf Füße er soll von mir auch da drauf schießen ja ein Typen in der Truppe der kann ich auch gleich sein lassen geil vernichtet so schnell hätte ich nicht erwartet ja oh Gott kann er wieder oh oh nicht das Haus nicht das Haus nicht das Haus jetzt muss ich das Ding wieder reparieren naja das Ding ist alles schießt ihr auch mal dankeschön trefft ihr auch mal na los 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 marsch 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 wieso kriegen die keine Truppen mehr das Bezirkus kommt nicht nicht am Arsch ich habe meine die Karte die Karte der Bewegung kommen aber die Straße hoch so du hast wieder Bum Bum da drauf und ihr bewegte vorwärts das das dieses der das der die Karte der Ach ja, ich hab ja einen schönen Bulldoser. Weiß nicht, ob der da durchkommt. Hey, hab ich irgendwas von Auffang gesagt? Öl! Gibt's keine Gegeneingriffe, verstanden? So, der Bulldoser-Typ kann ja schon mal gucken. Ich glaube nicht, Scheiß hier. Ja, wir müssen sie jetzt so hochkommen, wie sie sind. Aber das heißt, ich... Na komm, so Bulldoser-Mahn. Scheiß, wo komm ich denn nennen als ehestes? Wo muss ich hier rum? Oh, dann haben sie jetzt bestimmt mit Sprengfallen. Ganz zu Scheiß vollgehauen. Die deutschen Schlafen anscheinen. Wir haben die Wettbewerbs, die haben die Wettbewerbs, die haben die Wettbewerbs. Du... Womst ich auch vielleicht mal hier vorne irgendwo hin? Und der kann... Oh, nein. Wo waren das jetzt? Oh, egal. Habt ihr, hat das immer so ein bisschen was anderes. Ich kann sogar noch schaffen. Nur acht Minuten hab' ich noch. Damit komm, mit, komm, mit, komm, ah, mitkommt. Ja, ich bin hier nie bekommt. Jetzt komm, mach... so ohne Scheiße schnell wegbomben bevor sie uns wetten können Scheiße und den Goliath weg zum Glück nur wenig und nur die Konzerabwehr der Hälfte und Flaschen bekommen Prozent um aber ihr könnt ok doch warte mal vielleicht kann er das Ding da wegbauen haben die gerade einen Typen weggebombt so machen wir ja ich weiß nicht ganz gut im so schön ist er nur gut die tun mehr nix so wurde meine die haben ja schon perfekt positioniert gute leute und haben sie schon bekommen macht weg das kommt sowieso haben und das ist wir haben die vierte stehen an den hoffen r der doppelklick aufgemacht eigentlich erscheinen alle truppen von einer art oder die pioniere eben nicht erschienen dachte ich die wenn er gerade an beim Bombenabend links abgetragen los 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 du nicht und gut an die Partie und die Reiterung durchzuschicken 8 über die Gruppe ihr könnt man auch gegen die typisch wenig schießen dann können wir das Ding da noch einnehmen yes wunderbar Uncle Sam braucht neues Land Uncle Sam braucht neues Öl weck 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 läuft 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 lauft ja ja äh danke so so gut die Bomben haben mich ja zum Glück nicht so getroffen ja ja ich bin jetzt noch mal vor ranger rufen da kann man neue Truppen herstellen o das kostet acht scheiße das kann ich auch sein lassen oh ich möchte lieber davon zwei noch mal das ist also als wenn ich so übe das ist wie ja 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 wahrscheinlich brauch ich sowieso nichts mehr weil ich jetzt gleich durch bin hoffe ich so einmal kurz tauschen wartet ich bleibe mal da das können wir nämlich schön wegbomben ja so nicht ich ich glaube Feuer macht dann relativ wenig aus oh warte mal sind da Feinde sonst nehmt mal ganz kurz einen was ist denn hier da sind noch mehrere Panzer da die wir vielleicht mal eben so beschießen nebenbei ah 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 so sind sie denn da oben da könnte man schießen da könnte man schießen da könnte man schießen und ab nach Haus da ich ich hoffe die wird gleich aktiviert und nicht erst dass ich war muss verkaufen es wird automatisch sehr gut ich ich bekomme die dann guckt mal eben hier was da los ist kacke ich habe ganz vergessen meine Panzer zu bewegen ich bin dämlich manchmal die ganze Zeit werde ich beschossen und dann vergesse ich einfach meine Panzer auszunehmen hätte mit klar sein müssen da ist doch nichts ich bin keine Ahnung warum da die ganze Zeit geblinkt wird so zurück bis hier hinten hin oh jetzt kommen sie hier überall oder was und zehn Sekunden noch so jetzt müsst ihr können so jetzt müsst ihr können so passt schon wenn die da jetzt so bleiben und versuchen mein Ding da mach mal zu gut beraten reparieren 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 oh ich hoffe ich ne macht mal tauschen so war das nicht gemeint mit tauschen oh scheitiger ich bin japan die sind mit schießt die pionierer davon kann gar nichts zu suchen weg da und wird mal raus nehmt mal ein ja ja sowieso nicht den Kackohren wollte ich sowieso nicht haben bäh blöd Männer oh scheiße wir müssen ja von irgendwo hier schießen ähm sind die gerade alle befallen oder die jetzt eben ausgeschaltet worden so auch kacke da kommst du mal ein bisschen zurück auch medizin mensch und dann macht den bloß ein bisschen heiler du kommst hier hinten die truppen können alle hoch oh der liegt nur ein so macht man das ding da weg na gut, dann stören wir gleich diesen verkackten Hügel jetzt stören wir diesen verdammten Hügel wollen wir ganz kurz speichern so ne, mach ich ein bisschen längere Folge draus bevor das jetzt die nächste oder nur 5 Minuten dauert eigentlich wollte ich bei 15 Minuten bleiben jetzt bin ich schon wieder bei 25 Minuten befreundet es lädt immer nicht so richtig hoch das ist nicht das Problem und sonst würde ich auch 60 Minuten machen oder so und ich glaube kommen dass er 60 Minuten mein Gelaber anguckt aber aber das Hochland dauert so lange und dann bricht das andauernd ab und dieses ganze Zeug ne so macht man das kaputt macht man das kaputt na gut, ist jetzt nicht ganz so viel gegenüber wie ich dachte ich meine es ist genug gar keine Frage aber weniger als ich dachte ne würde ich meine eigene Fahrzeuge nicht wegbomben dann wäre das ganze auch noch ein bisschen einfacher so kommt mal mit davor ach scheiße nicht so jetzt kann er hier nochmal schießen da hin so dann haut ihn weg dann ist da auch nicht mehr viel ja siehst sehr gut so ihr könnt alle vorrücken alle vorrücken so 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 wir haben eine kleine Bombe drauf das schilder war noch ganz schön lang durch hat ganz schön lang durchgehalten so das reicht das hat ja mal gar nichts gebracht geil alle drauf da desto schneller geht's glaube ich ach der ist in die Richtung oh gut dann habe ich ja gar kein Problem mit dem weg muss er trotzdem sind Feinde drin aber berühmese hoch die die und die 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 denn habe ich nämlich sein klub die Mission schwierig war sie jetzt nicht unbedingt aber es hat lang gedauert und sie hatte schon ihre Schwierigkeiten das ja mal gucken wie es St. Lowe so wird und dann sind wir auch schon fast durch 10 von 15 dann danke ich fürs Zuschauen wenn es euch gefallen hat Daumen hoch abonnieren wenn nicht dann schreibt es mir in die Kommentare wie gesagt ich versuche es besser zu machen und dann bis zum nächsten Mal Tschüss